Oh Junge, wir spielen Disney Infinity 3.0 mit mir! Ja, das stimmt. Hallo meine kleinen Täubchen, wir spielen tatsächlich Disney Infinity 3.0 und Mickey Mouse ist auch dabei, aber nicht bei uns, bei uns ist er hier dabei, kann man ja erkennen, ja, ein bisschen, Obi-Wan Kenobi werden wir spielen. So sieht's aus, ja, Stahlpilzschirm, wir starten natürlich mit einem neuen Spiel, wir spielen Twilight of the Republic als Playset und wir haben dort die Möglichkeit, mit Anakin Skywalker oder Ahsoka Tano zu spielen, die sind standardmäßig beim Playset dabei, alternativ kann man auch Obi-Wan Kenobi oder Yoda nutzen bei den Missionen, wir haben uns für Obi-Wan entschieden, als 5. Spielfigur, oh ich muss den drauf, ich bin ruhig, ich erzähle gleich weiter. Das war's! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Versuch durchzuhalten, Meister Es ist enorm wichtig, dass wir diese Droidenfabrik neutralizieren Die Gedanken konzentriert, wir müssen viel mehr als nur eine Invasion, das ist Ja, da stehen sie, die vier Reiter der Midi-Apokalypse Und da sind wir, Obi-Wan-Knoten Das sind erst nur Iden Gute Arbeit, aber dieser Kampf hat erst begonnen Für uns liegen noch mehr feindliche Einheiten Und schwer zu erkennen, wir befinden uns auf Geonosos Es geht immer noch um, ähm, ja, gebliebenen Separatisten Die dürfen nicht hören, denn wir müssen vorrücken Und so weiter Wir sollen hier also eine Fabrik von, äh, General Breivis Ah, ich muss schenken Von General Breivis finden und ausschalten Wird vermutlich auch Iden dabei ausschalten Das ist übrigens, das muss man zusagen, ein Blind Und, äh, oh, oh, ja, ja, das hat keiner von uns gesehen Ich verrate euch nicht, ihr verratet mich nicht Das ist übrigens ein Blind Let's Play Und sind, beziehungsweise es heißt, ich habe das Spiel noch nicht europäisch gespielt Ganz richtig ist das nicht, weil ich habe das bis dato eine Viertelstunde gespielt Auf der Gamescom, da habe ich mich da mal rangewagt Aber ansonsten ist das tatsächlich alles neu Und, äh, ja, gut, das ist allerdings jetzt auch erstmal nicht so schlimm Weil die Droiden, äh, man sieht das, nicht so viel aushalten Gange mir geht, wir sind jetzt noch eine Stressareller dahinten Ja, ein bisschen Tutorial hier Jetzt gibt es kein Doppelsprung Das springt ja ein bisschen steif Von General Grievous Kampf vor Eben Musik hat Neutralisiere sie Ja, von Das können wir abwehren Oh, das braucht man nicht Was, was? Wenn wir abwehren, kann man auch ziemlich gut angreifen Ja, das soll sich denn hier Ja, schöner Finisher Die Macht ist deine Verbündete Nutze sie, um dieses Tor zu zerstören Ja, die Grünen, ähm, was auch immer das sind Die geben Energie wieder Das ist das Grüne gefunkelt Grievous hat seine Kommandodroiden ausgeschickt Du musst sie neutralisieren Das sind dann schon die Stufe 2 Droiden, würde ich sagen Ja, ja Er ist schon ein bisschen von sich überzeugt Das muss man sich feststellen Der Obi-Wan Du musst deinen Weg in den Fabrikkomplex finden Und unseren Klonkrinkern helfen, die in der Arena kämpfen Mit den Klonkrinkern kommt es ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig klar Ähm Diese verhinderten Stormtrooper auf unserer Seite stehen Irritiert mich immer ein bisschen Oh, und was Sehr schön Die Türen sind verkeilt Nutze die Macht, um sie zu öffnen Okay, und Samus Jetzt fände ich keinen Schuss ab Hm Joa, gut Das wäre jetzt nicht so beeindruckend Diese Kampfdroiden müssen besiegt werden, wenn unsere Mission Erfolg haben soll Also damit nehme ich die Sontopas aus Ja, so standardmäßig wie ich auf die drauf gehen und die umhauen Das ist einfach Ähm Dieses TARDIS, die geistige zwischen den alten Filmen und den neuen Das ist Da guck ich nicht so hundertprozentig mit klar Ähm Ähm Als der erste neue rauskam Also der wo Anakin da ein nervschuldiges Kind war Der Film war ja ganz schräg dadurch Ähm Aber Aber ähm Ja, die alten sind natürlich Klassiker Und da sind die Sontopas einfach die Bösen Ja Aber gut Jetzt filmen wir uns ja noch eher im Universum der neuen Filme Du kämpfst geschickt Danke Geschickt vielleicht nicht unbedingt elegant Was kommt da jetzt? Noch mehr von der Bösen Truppe Ach Aber die macht ist schon cool Das wird man definitiv sagen Da sehnt wir drüben keine Sonne Da können wir uns auch elegante Abwehrmannwilder sparen wenn man die einfach wieder macht durch Gegenschleifen. Ah ja. Alles klar. Das Spiel ist ja schon geladen. Das ist mein erster Entflipty-Teil. Ich versuche gleich in diesem gesamten Cosmos aus Playsets, Toys und so weiter noch ein bisschen rein zu fummeln. Oh, Level Up. Ne, gar nicht. Bisschen erfüllt. Level Up, glaube ich, ist aber auch. In diesem Missionslogbuch bekommst du weitere Hilfe oder du kannst deine Lieblingsmissionen noch einmal spielen. Das ist praktisch, weil es gibt auch Nebenmissionen. Die lassen wir an der Stelle mal ein bisschen aus. So eine Beschäftigung, ja. Wir befassen uns mit den Hauptmissionen. Aber das ist ja nett, dass man es zumindest kann. Ja. Ich denke, das ist zuerst mal soweit ein ganz guter Punkt, um den ersten Part an der Stelle jetzt auch zu beenden. Und dann sehen wir uns morgen wieder und schauen dann, wie es weitergeht. Ob wir dann durch in die Fabrik eindringen, ob wir sie erstürmen, ob wir möglicherweise auf General Grievous mit seinen vier Ärmchen treffen oder nicht. Ja, bis dahin hoffe ich, dass es euch ein bisschen gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich euch einen Daumen nach oben freuen. Über Kommentare, über ein Abo möglicherweise. Und ansonsten, ja. Erzählt es euren Freunden. Und macht, was man auch immer so machen kann. Ja. Dann sage ich erst mal. Ciao. 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 san